was geht ab youtube ich bin es wieder euer 6er 6fake im heutigen video gibt es mal wieder eine kartenvorstellung für euch wie ihr sehen könnt ich habe mir eine karte aus dragons of the legend rausgesucht die ich bis dato noch gar nicht kannte obwohl die eigentlich schon vor ein paar tagen oder wochen released wurde und zwar handelt es sich um den hier kuribu bandit meiner meinung nach das erste kuribu monster was wirklich spielbar ist hat drei sterne finsternis ist ein unterweltler 1000 atk 700 defense somit auf jeden fall schon mal ziel für tour guide was natürlich extrem fähig ist denn bis dato waren noch keine weiteren karten neben tour guide draußen die so wirklich gut waren als sekundäre ziele nachdem sanggang gegangen ist hat man jetzt nur noch tour bass und nächtlichen angreifer und ich muss sagen kuribu bandit gefällt mir auch besser als beide denn er hat ganz einfach den effekt dass man in der endphase in dem zug wo er normal beschworen wurde ihn als tribut anbieten kann um die obersten fünf karten des decks auszugraben und dann eine ausgegraben zauber oder feilen karte auf die hand zu nehmen und die restlichen karten auf dem friedhof zu schicken auf jeden fall ein sehr netter effekt finde ich bedeutend besser als nächtliche angreifer und tour bass kann man viele decks rein splashen meiner meinung nach also ist schon so ein ähnlicher effekt wie so ein card trooper oder mild karten kann ein bisschen plus machen und sich eine schöne zauberkarte raussuchen zum beispiel die fährt zum beispiel rank up magic oder ähnliches das coole ist halt wirklich dass er halt noch tour guide ziel ist artwork wollte ich mal sagen ist okay und cookie bandit ranks of the legend auf jeden fall eine karte die man auf einen radar haben muss und die ich mir auf jeden fall anholen möchte weil ich finde auf jeden fall fähig da die karten hier übrigens auch ausgegraben werden kann man denn auch im silvendeck benutzen wenn man lust hätte also die effekte von den silvian karten werden aktiviert da hier die fünf karten ausgegraben werden beim cookie bandit really nice muss ich sagen was haltet ihr vom cookie bandit könnt ihr mal in einen kommentaren schreiben ich habe wie immer likes und kommentaren für das video und bleibt wie immer dran aus 66 play